Willkommen zurück. Dann musst du auch nicht hier hochkommen. Nein. Hier, wo ich gerade bin, kann man auch hoch. Ach so. Na denn. Sieht interessant aus. Sieht aus wie ein Pantheon. Verkrustete Sandbänke entdeckt. Voll ins Wasser gebatscht. Jo. Ne, so können wir doch auch schneller fahren. Wenn wir es so über... Ja, wo hast du denn Zeit? Dann wollen wir noch eine halbe Stunde machen, also so zwei Folgen. Ja. Heizahninsel entdeckt. Bin schneller als ein Kentauer. Neben dem Skelett ein liegt ein altes Gefäß, in dem sich eine Flasche befindet. Die Flüssigkeit im Inneren sieht wie Wasser aus, aber ihr erkennt auch den schwachen magischen Glanz darin. Ihr könnt nicht mit bestimmt Zeit sagen, woher das Gefäß stand, aber es scheint fest in Zeitans Verderbnis zu sein. Eine Flasche nehmen. Eine Flasche trinken. Wenn wir nach hinten gehen, dann kommen wir da hoch. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt dahin. Und dann quasi im Zickzack hoch runter. Jo. Können wir machen. Nicht gut. Ja, ich glaube wir kommen von der anderen Seite am besten dann zu dem einen Punkt. Kommt man da jetzt wieder hoch? Links lang. Hier werden Leute angegriffen. Die Leute bin ich. Bist du da hoch? Noch nicht. Ich meinte... So. Das ist ja... Aufs Boot. Cool, dass man da auf dem... Ich dachte das ging schneller. Aber das war nicht so richtig. Ich hielt das für eine gute Abkürzung. Die war jedenfalls sehr originär. Fand ich auch. Ist aus deiner Perspektive bestimmt gut aus. Mehr hoch. Ja. Ihr wart doch dann nach unten, ne? Gut. So, was ist das? Oder wollen wir noch weiter nach oben? Und dann würde ich sagen... Da hin. Und dann gehen wir wieder unten. Weil hier ist wahrscheinlich irgendeine Art Brücke. Dann gehen wir da hin. Westlicher Säulengang entdeckt. Wegmarges Säulengang entdeckt. Und auch die Hilfe. Oh, da kann man da was kaufen. Und der Weltuntergang steht bevor. Der Chor ist echt cool im Hintergrund. Leider hat das Spiel zu wenig davon. Wir müssen jetzt irgendwie nach rechts. Ne, fast nach links. Da ist irgendwie so eine Sehenswürdigkeit. Ja, hier hoch. Boah! Shit! Hä? Bevor mir der Fresse auf dem Boden aufgeschlagen. Alter! Oh, der Sprung hätte ich beinahe geschafft. Ich bin nur abgerutscht. Wie kommt man da jetzt hoch? Äh, da muss man nicht hoch. Ich hab den gerade bekommen. Ist das unten egal? Es ist auch nicht so egal. Unten ist das? Na gut. Warte mal da rein. Bleib mal stehen. Ich komm zu euch. Werte dich mal. Trümmer des Quasquiren entdeckt. Da müssen wir jetzt ja noch fliegen weiter runter und dann über die Brücke. Fliegen weiter runter? Ist da eine Brücke oder ist das einfach nur Dreck? Wir können auch noch weiter nach links unten. Das sieht so aus als ob das eine Brücke ist. Äh, wie wärs wenn wir da hingehen? Da war ich schon. Da war ich noch nicht. Ich auch nicht. Gut, dann werde ich mal gucken, während ihr dahin geht, ob das tatsächlich eine Brücke ist oder nicht. So, hab's willkommen. Und hier ist ein Weg, das könnte also wirklich sowas wie eine Brücke sein oder zumindest ein Übergang. Ja. Da haben wir die Spiele, die einfach vom Bildschirm fliegen. Ne, ne. Auf den Tunnel. Reishan. Beide. Entdeckt. Deckt. 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 Was weißt, dass wir hier den Wegpunkt haben. Auf in die Pleter. Teil der Lüße entdeckt. Was ist das hier überhaupt? Plöö. Bin, ne. So. Huie. Na gut, man kriegt keinen Sturzschaden beim Aufschlagen ins Wasser. Wasser ist doch weich. Hoffnungsfälle entdeckt. Ähm Okay, man kommt anscheinend doch nicht so einfach wieder schwer. Ja, super. Moment, hier ist eine Steintreppe. Ich bin immer in den Wegpunkt, also falls man wirklich nicht hochkommt. Hey, hier ist eine Truhe. Eine Steintruhe. Da sind Fragmente drin. Ich bin auch oben. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Wegmarke, Teil der Lys entdeckt. Und eine Heldenausforderung in der Nähe. Was ist denn bitte für eine hakelige Angelegenheit hier? Alter, schade. Mahlzeit. Gesundheit. Alter. Was ist denn das für ein Monsterviech? Die Herausforderung? Ja. Der macht ihn noch nicht tot. Ich bin gleich da. Ja, das ist Sprechen. Im Schatten dieser Statue schlägt das Herz schneller. Ihre Macht geht von den Augen aus, die von Leidenschaft spüren. Und dazu aufrufen, sich nie. Oh, egal. So, und jetzt müssen wir mit dem Ordnung gemacht. Sprichend zieh, Sprache halten. So, blöd sein. Oh, toll, ist die Nase echt geil. Gerne. Wir gehen nach Süden. So, würde ich auch sagen. In Ruhe lassen. Sag das mal. So was. Okay, gehen wir nicht nach Süden. Wollen die nicht, dann machen wir das auch nicht. Was? Och Mann, eine Leiche hat mich entdeckt. Er sagt, tot gut. Nee, er sagt, kommt alle. Da bleib ich schon danach. Der lass jetzt mal wieder nach Norden gehen. Ich fühl mich gut. Komm auf, da zu. Ja. Schön. Funken hier. Hör auf zu pumpen, man kommt mit. Funken. Funken. Du trinkst einen Run. Mit F. Funken. Ja. Das war nur so Funk. Was hörst du eigentlich für Musik? Was? Was hörst du eigentlich für Musik? Gar keine. Gar keine? Nee. Garten von Ilja entdeckt. Also zumindest hör ich gerade keine. Ah, guck mal. Wenn wir jetzt nach unten gehen, dann haben wir tatsächlich im Süden noch was gefunden. Die Heldenherausforderung und so. Dann haben wir das abgeschlossen. Ja, dann müssen wir aber noch wirklich jetzt in den Süden gehen. Ja. Ach so. Da hinten durch das... Durch das Mahnmal des Miasma. Marc, hier ist ein Gegner. Mario, hier ist ein Gegner. Da sind auch zwei. Ah, ein verzauberter Bogen, der heraustau ist. Ach, er läuft ja mal weiter. Wir beide kämpfen hier und er ist ja mal weitergelaufen. Ihr müsst den Bogen einmal antickern, dann habt ihr's auch. Weit Fallahin entdeckt. Alter, warum ist denn das Ding so stark hier? Oh, hier ist der Challenge. Nee, der Zombie ist bei mir. Aber wir müssen da irgendwie noch rein. Was? Ach nee, okay. Ich hatte die Sehnswürdigkeit noch nicht. Du hast dann geschafft, bist du nicht auch gegen die Tür gelaufen? Nee. Jetzt nach Norden? Ja. Zu diesem Wegpunkt da. Dann kommt man von da aus wahrscheinlich in das große Ding rein. Und dann, ja. Auf zum Zauberer. Auf zur Elbsensuppe. Auf zum Atem. Tolle Absprung. Wirklich, wie begeistert. Und auf Fren entdeckt. Wegmarke, umkämpf, Fren entdeckt. Hier verhaftet die Leute wiederbeleben. Nein, ich bin nicht gerade bei. Ein Spieler sogar. Was ist denn hier los, ey? Progression. Aber was für eine. Da sind wir ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Die sind ja voll überrannt worden. Das ist auch Gold, was wir jetzt gemacht haben. Die ordentlich. Auf, nach Norden. Da kommt man nicht durch. Lunchpad. Hier kommt man durch. Diese Schutzdinger sind echt genial. Ich sehe so ein Schweizer Käse. Oh, wir müssen noch. Das ist einfach darüber. Da liegt doch ein Spieler, ja. Ich habe es doch geschafft, hier rüber zu kommen. Ach, hier ist sogar dick fest. Können wir die auch noch gleich machen. Event. Beendet. Hä? Was? Wobei, der muss erstmal hin. Oder ja drücken. Ja, aber dann habe ich ja den blöden Wegpunkt und sowas. Dann kommst du doch gleich wieder hin. So, und schon haben wir wieder eine Geschichte. Und bitte. Das war's. Und ich hab's Ihnen thirdly aufgenommen.